Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Modern Warfare 2 und hoffentlich mal diesmal ohne DirectX-Fehler. So, ne, wie sieht es? Benni ist auch dabei. Und ich bin dabei. Als Flo und Benni ist als Benni dabei. Mit seinem Cheater-Rudel-70-Account. Ja. Falls jeder jetzt wieder mehr kann, sollte... Oh, ein Cheater! Ne, Benni ist mal im Inneren eine... Als er Poppik gespielt hat, ist er in eine Hacker-Lobby gekommen und ist deshalb jetzt Level 70, Prestige 10. Man kann sich nicht mehr runter-Prestige. Was ich persönlich ziemlich kacke finde, wenn mir dieses Level extrem Spaß macht. Im Gegensatz zu anderen Bobpys hier. Die froh sind, wenn sie hochgehackt werden. Und ich blente hier erstmal und bin dabei erstmal festgehe. Oh Gott, bin ich schlecht. Ja, hier. Wer ist vorne? Mit 1 zu 2. Und wer hat noch keinen Kill? Vielleicht du? Vielleicht ist er aber tot. Haben wir uns aber lange angestattet. Bio und ich. Ja, vielleicht ist er ja irgendwo einer. Ne, war keiner anscheinend. Ähm, ja, ja, ja. Also ein bisschen laggy ist das ja gerade schon irgendwie. Gut, dann bin ich... Dann liegt sein Trend doch nicht an der Aufnahme. Ähm, ja. Tö, tut's bei dir auch. Da ist er nicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Wie konntet ihr der mir entwischen? Da wird mal geplantet, das war... Verdammt, da war einer. Machen wir uns mit Drohnen an. Ich weiß jetzt, dass ich auch schon gehit. Ich habe das nicht. Also, wie lange der gebraucht hat für mich. Ihr Willkommen. Kein paar Hammerskales, auch noch mal Bitch. Wenn die beschützen möchte, wir am Blenden. Moment, ich muss dir gerade noch eine Rechnung bezahlen. Oh, der hat aber lange meine Granate angeschaut. Oh, da habe ich aber lange gebraucht. Wo er die 18 hatte. Nein! Ich bin so dumm. So dumm. Der hätte ich doch echt noch in was anderes rausholen können. Irgendwie vorrät oder sowas. Komm mal. Hi, klettert. Da, da holen wir noch erstmal kurz eine Gone. Scheiße, daneben gemessert. Oh, fuck. Immer dann, wenn ich gerade jemanden sehe, dann kommt es dazu mal wieder, dass es leckt. Ich hasse es. Und vor allem, wenn irgendwelche scheiße Sniper-Camper da rumstehen müssen und irgendwie meinlassen. Oh. Der ist in meine Samtags reingelaufen. Hehehe. Le Bob. Boah, bitte nicht nur Big Florian. Fuck. Scheiße, Alter. Aufklärungsdrohne online. Nein! Und da hat es so geleckt wie sonst was. Ach du Scheiße, ich habe ja noch die Schrechschrott. Hehehe. Scheiße, ich habe ja noch diese Striker drin. Sprengkommando. Das Ziel verteidigen. Feindliche Freude. Wenn man während der Aufnahme rausgerissen wird. Benni, gehst du jetzt mit zum Durchschauen. Austragen? Ja. Ja, von mir auch schon. Ich muss mir noch meine Eltern fragen, was die dazu meinen. Aber ich denke schon. Okay. Fuck. Fuck. Fuck of Mantis. Was heißt fuck of Mantis? Bei A. Lärm ist gleich einer, klar. Die Bombe wurde platziert. Doi, wie konnte ich da daneben messern? Der stand direkt vor mir. Okay. Messern ist total überbewertet. Ja, habe ich gemerkt. Ich muss diesen ersten Platz halten. Ich muss mich verarschen. Ich defuse. Die Bombe wurde platziert. Die Bombe wurde platziert. Also. Darf nicht was, ja, nee. Benni, hol dir die Bombe. Okay. Na bitte jetzt endlich mehr. Was hat eigentlich dieser Sky für ein Problem? Son of a bitch. Verdammt. Die Bombe wurde platziert. Also ich gehe zu A und ich bleibe zu B einfach. Fuck ey. Erstmal Konterdrohne. Achtung, feindliche Vorräte. Jetzt, Mann. Wenn niemand mitkommt, dann ist das natürlich auch scheiße. Oh, ich gehe jetzt alle immer zu. Klaufe doch mal zu A. B ist gerade nicht def. Okay, das war ja. Mann, das wäre meine gewesen. Schlecht. Das Mann. Ich hasse es. Irgendwelche Spaßfüße. Meinen, sie müssten nie irgendwo hin, wo sie gefühlt sind. Ich stelle mich über dich dann, wenn du schützt. Das war super. Fuck. No chance, no chance. Ich habe dich gereicht. Ich bin gar nicht gestorben, gerade. Komisch. Ich habe einen Vorrat. Ich sehe nur leider, ich habe nicht adept. Scheiße, dass wir in den Gegend gekommen sind. Dann habe ich nicht geschmackt, wenn ich irgendwo irgendwo an das Sieg gucke. Ich habe nicht geschmackt, wenn ich irgendwo an das Sieg gucke. Komm schon an der Schiff. Achtung, dass unten einer drin ist. Bei, äh, bei in und Drohnen. Aufklärungsdrohne. Aufklärungsdrohne. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne bereit. Aufklärungsdrohne. 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 Was? Wie kann das sein? Ich habe den, äh, Dings gemessert, Tapetmarker bekommen und dann hat der mich gemessert. Mann, wenn da niemand mitkommt, dann ist natürlich auch kacke. Oh, scheiße. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Sie haben die Runde verloren. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich bin nicht mehr erster. Verlängerung. Ältere, 915. Was sind wir? Ja, ein bisschen Antrieb. Was ist los? Was ist? Ja, man. Im Sprung. Fuck. Aufklärungsdrohne. Ich hab den. Auf dem Map kann man ja alles anklass, was in die Linie gehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gott, wie habe ich den denn nicht sehen können? Oh, die Herren kommen als überhin. Oh shit. Mann. Mann, wenn ich dann... Scheiße. Ich dachte... Warum ist denn das Arschloch da weggerannt? Alter, wie konnte ich denn den bitte nicht treffen? Und ich werd grad immer schlechter und schlechter und schlechter. Alter. Ich hasse scheiß Camper. Alter. Scheiß. Dings. Mann. Mann. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Der Feind blockiert unser Radar. Ach, Mann. Da hab ich grad Kamperanfließe. Feinkauke. Die Bombe wurde platziert. Dieses Scheiß Leggen. Fuck. Alter, das ist echt aber echt übel. Ja, das ist echt sehr krass. Mann. Pass auf, da kommt einer hoch, gell? Ich erinnere nicht mal. Wie kann ich den denn bitte nicht kriegen? Hä? Hm? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber egal. Was? Was ist das? Glente. Und warum zieht ihn diese Idioter die schon wieder nicht? Mann! Mann! Also wirklich, wer hat mich da getroffen? Wenn ich die Abschlusskamera ansehen soll. Monster lag. Och, Benny, bitte benutzt dich den Fliegen. Na toll, ich bin weg. Alter, dieses Lecken geht mir so auf den Sack. Das ist unbelievable. Nein, da war ich schon hinter der Ecke. Tut mir leid, das war unmöglich. Alter! Na, Benny ist wieder time out. Oh Gott, das macht ihr gerne. Das findet ihr lustig. Na, wie? Tänk. Oh, mein Kein. vampires ist verwendet. Mann. Aufklärungsdrohne Einsatzbereit. Alter, was an der Scheiß, ich bin rausgeflogen. Endlich, Gott. Ohne Scheiß, das geht eigentlich auf den Sack. Bist du draußen oder bist du noch... Nein, ich bin drin. Na, ich hab jetzt doch echt schon den Markt. Das ist ja was, eh voll. Boah, Mann, was an der Scheiß. Bist du dir danach mal ne Runde Herrschaft? Nein, dann ist es unmöglich, ich bin drin. Komm, was gescheites. Luftlack oder sowas. Selbstbomber. Oh, gerade noch so gelegt. Bist du dir danach ne Runde Herrschaft? Ich wollte danach einfach dann austragen gehen. Achso. Ja, weißt du was, wenn du jetzt noch zurückst, ich muss mich weiter fragen. Also bist du kein... Ja. Warum tut er Self-Bombanäe nicht erledigen? Also der soll auf D-Spot, auf A-Spot zu müssen. Aufklärungszone bereit. Aufklärungszone bereit. Der Flo, ich kann dir helfen. Ja. aber dann Pengenke Hier-Spot zu müssen. Oder du damit, Falls nicht manager